Ist das, was jetzt passiert in Israel, ist das ein Game-Changer auch für die Finanzmärkte? Ist das schlimmer möglicherweise als sogar der Ukraine-Krieg, der die Märkte ja geschockt hat? Da hatten wir einen massiven Abverkauf gesehen. Bisher hält sich das ja relativ in Grenzen. Aber heute hat man gesehen, wir sehen eine Flucht in die Sicherheit. Staatsanleihenrenditen sinken. Jene Renditen, die ja zuletzt so stark gestiegen waren, eben aufgrund der Verschuldungskrise in den USA. Ah, jetzt sehen wir, Ölpreis steigt. Wir sehen, dass die Staatsanleihen als sicherer Hafen plötzlich wahrgenommen werden. Ist das, wie gesagt, der Game-Changer? Oder sind das wieder mal so politische Börsen mit kurzen Beinen? Ich begrüße meine beiden Mitstreiter einerseits natürlich den großartigen Rüdiger Born. Rüdiger, Servus. Hallo. Wir sitzen heute im Klassenraum und vor mir sitzen die gutartigen Jungs. Ich bin der Böse von hinten. Die Pflegel sitzen immer hinten und am besonders am bravsten. Und das sieht man schon an der Haltung. Das ist der Jörg. Servus, Jörg. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo. Er schimpft mich gar nicht dafür. Gut. Jörg, ich stelle deswegen gleich die erste Frage an dich. Ist das ein kurzes Intermezzo politische Börsen? Kurze Beine. Wie siehst du die Situation? Aus meiner Sicht versuchen nur alle, das Risiko über das Wochenende zu begrenzen. Keiner weiß, was passiert. Jeder erwartet natürlich, dass die Israelis eine Bodenoffensive starten und in den Gaza-Streifen eindringen. Und keiner weiß, was die Reaktion aus dem Libanon und aus dem Iran sein wird. Insofern gehen alle erstmal auf Nummer sicher, bringen ihre Schäfchen ins Trockene. Und daher ist es heute relativ schwach. Und alle gehen natürlich dann über die Tage auch über die Sicherheit. Aber das heißt für mich nicht, dass das irgendwie längerfristig anhält. Wenn nichts passiert, wenn es keine Eskalation gibt, also keine Eskalation mit dem Iran und Libanon, dann werden Montag die Börsen auch wieder stärker, positiver eröffnen. Also insofern aus meiner Sicht eher in dem Fall noch nicht mal eine politische Börse, sondern einfach eine Sicherheitsmaßnahme der Anleger. Okay, also du siehst das als eher temporäres Phänomen, wenn jetzt am Wochenende nicht wirklich Ärges passiert. Zum Beispiel doch nicht diese Bodenoffensive käme. Das wäre natürlich mit Sicherheit für die Märkte positiv. Alles sieht danach aus. Das wäre noch gar nicht so schlimm. Nur eine Eskalation mit dem Iran und insbesondere in zwei Frontenkrieg mit Libanon. Und das wäre schon ein etwas Unerwartetes, sagen wir mal. Aber findet der nicht schon statt? Also da sind ja Gefechte, natürlich nicht mit der Regierung Libanon, aber mit Hezbollah dort. Da sind ja durchaus kriegerische Handlungen permanent, nicht? Ja, aber das sind eher so kleine Scharmütze. Noch ist es kein richtiger Krieg, der dort entstanden ist. Also die Israelis müssen dort noch nicht einmarschieren, um für Sicherheit zu sorgen. Also das ist noch kein heißer Krieg, sagen wir mal. Okay. Charttechnisch ist ja wahrscheinlich noch nicht so viel passiert, Rüdiger. Wie siehst du das? Nach Game Changer sieht es noch nicht aus. Was müsste passieren, dass man sagt, so ups, jetzt kann man auch charttechnisch sagen, da ist jetzt was zerbrochen, ein bisschen Porzellan zerschlagen worden. Was müsste da passieren im DAX bei den amerikanischen Indizes? Wie siehst du das? Ja, am offensichtlichsten finde ich es im Moment beim S&P 500, denn der ist ja erst mal relativ weit runtergekommen, hat aber ja in der jüngsten Zeit gedreht, wie die ganzen anderen Indizes ja auch. Und ich sage mal, solange wir das jüngste Tief jetzt vor wenigen Tagen nicht nochmal nach unten durchstoßen und damit dann vielleicht auch die Gefahr besteht, dass wir das Jahresanfangs bzw. Jahresendtief letzten Jahres, Entschuldigung, hoch dort nochmal durchstoßen, von oben nach unten. Solange bin ich eigentlich nach wie vor auf der bullischen Seite, mindestens bei den Tech-lastigen Indizes, also zumindest mal beim Nasdaq. Der sieht ja charttechnisch immer noch einwandfrei aus, auch der S&P 500 sieht einwandfrei aus. Also man hat den Eindruck, da ist jetzt nicht wirklich was passiert, auch wenn es jetzt mal gestern, heute so ein bisschen mal runterkommt. Also man den Eindruck hat, es so richtig nur nach oben geht es auch nicht, aber das sind alles normale Korrekturbewegungen, sagen wir mal in der Aufwärtsbewegung. Also ich denke mal, aktuell sieht man da noch nicht, dass es im amerikanischen Markt, insbesondere bei den genannten Indizes, da irgendwo in die Krise reingeht. Der DAX ist ein bisschen pingeliger aktuell, allerdings hat der DAX auch anders als jetzt S&P und Nasdaq eher ein noch nicht so richtig bullisches Bild, auch im Großen, am Tageschart. Ich zeige das ja immer wieder, wie das im groben Bild dann aussieht und da muss ich sagen, das ist beim Dow ebenso und insbesondere auch beim DAX eben nicht ganz so toll. und wir sehen jetzt die jüngste Abwärtsbewegung, die wir haben, ist relativ auffällig, relativ niedrig. Das heißt, hier ist doch noch im deutschen Markt mehr Angst, einfach komm, geh lieber raus, keiner weiß, was richtig passiert. Also Gewinnmitnahmen, sobald da mal irgendwie Gewinne mal passieren, gleich wieder mitgenommen. Das spricht noch nicht wirklich für Vertrauen auf der Bullenseite. Aber warum sieht Nasdaq besser aus oder sagen wir so, warum sind Value-Werte, die ja vorwiegend im Dow und im DAX sind, mehr als jetzt die Nasdaq-Werte Big Tech? Was ist da die Motivation oder die Erklärung dafür? Weil Renditen jetzt möglicherweise fallen, Flucht in die Sicherheit, was dann wiederum gut für Nasdaq-Titel ist oder wie könnte man das begründen? Ja, da sprichst du natürlich genau mit dem richtigen, ich bin ja Chart-Techniker. Ich sage immer, mir ist der Grund völlig wurscht. Ich gucke halt, was die anderen machen. Börse ist ein Mitmachspiel und wenn alle kaufen, dann stelle ich mich dazu und sage, darf ich auch mitmachen. Also kaufe ich dann ebenfalls. Aber es gibt durchaus so ein bisschen Gründe. Wir hatten ja zumindest mal eigentlich losgelöst, noch jetzt von der aktuellen politischen Situation im Nahen Osten, hatten wir ja noch mal so halbwegs mitgekriegt, dass die FED so mal angedeutet, müssen wir eigentlich noch so richtig erhöhen irgendwie. Man hatte so den Eindruck, zumindest war das so zwischen den Zeilen überall so rauszuhören, vielleicht wird es gar nicht mehr so schlimm, vielleicht war es das mit den Zinserhöhungen jetzt ja auch schon. Und wenn es keine Erhöhungen mehr gibt, dann guckt man ja schon wieder in die andere Richtung auf Senkung. Und das ist eben Hightech, was davon profitiert. Und wenn wir uns angucken, Apple ist eine gestiegene, Amazon, Microsoft, die fangen alle wieder an, so ein bisschen aus dem Quark zu kommen aktuell. Und man hat den Eindruck, dass so dieser Dämpfer, den wir jetzt in den vielen letzten Wochen hatten, dass der eine echte Chance hat, vorbei zu sein. Die Idee wäre, naja, wäre alles nicht so schlimm, was die FED gesagt hat, ist vielleicht ein bisschen entspannend. Zumindest ist das, was man raushört, für mich als Charttechniker. Insbesondere beim S&P 500, wenn man sich das anguckt, das sieht hervorragend nach einer vierten Welle aus. Ein Zigzag, wer sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, kann das nachvollziehen, dass wir nach unten haben. Das passt von der Symmetrie, von der Größenordnung zur letzten Korrektur. Da würde man sagen, ja, mustergültig kauft jetzt jeder ein, der irgendwie auf Charttechnik guckt. Also da passt das Verhalten der Techniker, vielleicht so ein bisschen die Nachrichtenlage von der Seite, durchaus überein. Und das ist beim Dow Jones, wo du zu Recht ja sagst, Mensch, das sind doch eigentlich die Blue Chips, das ist doch eigentlich das, wo man sagt, naja, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Aber da haben wir dieses Verhalten eher als Mitläufer-Effekt im Verhältnis zum S&P 500. Denn die gesamte Bewegung, die wir in den letzten vielen Monaten nach oben hatten, die ist korrektiv, wegen der vielen Überschneidungen nach oben. Und auch der DAX macht ja eher noch den Eindruck, als ob wir noch in dieser Korrekturphase drin sind. Also die beiden DAX und der Dow Jones, die passen, was das angeht, eher zusammen für bärische Bilder, die dann notfalls sagen, ja, wir sind im bärischen Bild, wir laufen halt mal mit den bullischen Tech-Leuten ein bisschen mit. Während die Tech-Leute ganz klar auf der, ne, ne, da gibt es eigentlich gar keine Frage, wenn jetzt nicht irgendwas Dramatisches passiert, bleiben wir auf der Käuferseite. So unterscheiden sich diese beiden Marktsegmente aktuell. Du sprachst so ein bisschen an, dass da die FED-Mitglieder Optimismus verbreiten. Allerdings die Zinsentwicklung ist gar nicht so positiv. Auch bei den Futures muss man sagen, der Abwärtstrend ist immer noch intakt. Das heißt, steigende Renditen werden erwartet. Wir haben eigentlich auch ein paar Daten jetzt, Michigan kam raus, Consumer-Umfrage, da sieht es so aus, als ob die Inflationserwartungen noch mal wieder angestiegen sind überraschenderweise. Also viele Marktteilnehmer rechnen noch nicht damit, dass die Zinsen so bald fallen, sondern im Gegenteil noch lange oben bleiben. Insofern passt das von meiner Seite hier als Begründung für die gute Performance der Nestec-Werte nicht so richtig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach die Unternehmen da doch irgendwie besucht werden, weil sie vielleicht zu stark verkauft worden waren in den letzten Jahren vielleicht auch ganz gute Gewinnentwicklungen noch haben und als stabile Ankerpunkte gesehen werden. Aber mit der Zinsentwicklung das nur alleine zu erklären, ist halt schwierig. Also ich muss dir da recht geben, wenn ich jetzt die 3-Monats-T-Bills angucke, das ist ja quasi die Hausmarke sozusagen der Fett-Zinskurve oder der Fett-Zins-Range, die liegt ja bei 5,25 bis 5,50. Wir haben jetzt die 3-Monats-T-Bills, die haben, ich weiß jetzt nicht den aktuellen Stand in dieser Minute, aber vor wenigen Tagen waren die bei über 5,50. Was eigentlich dafür spricht, dass entweder die Fettsaten die Range noch mal nach oben anpassen, sprich nächste Zinssitzung, oder aber sie müsste jetzt irgendwas massiv tun, um das zu verändern, dass der Kurs wieder eben runtergeht. Das wären ja die beiden Möglichkeiten, die ich da sehe. Also da gebe ich dir recht, das ist, ich glaube, eher in den Medien eine Erklärung gewesen, die man immer wieder gehört hat. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und als Chart-Techniker, ihr kennt mich, würde ich es nicht mal versuchen, das nachzuvollziehen. Ja, wir sehen ja vielleicht, es ist ja dieses Muster, Big Tech ist sozusagen der Safe Haven, so nimmt man es wahr. Ja, also die Großen sind irgendwie unangreifbar. Da kann uns der Himmel auf den Kopf fallen, die werden davon nicht betroffen sein. Also selbst wenn eine Rezession kommt, das schadet denen überhaupt nicht. Ich fand dieses Argument nie zwingend, ja, Apple wird weniger Handys verkaufen, Google wird weniger Werbung verkaufen können, oder nur für geringere Preise. Also wir sehen dann auch, wenn ich das noch ins Spiel bringen darf, den Russell 2000, der ja auch eher in diese Dow Jones-Dax-Ecke gehört, der in den USA ja stark beachtet wird. Also das ist durchaus ein Index, den die Amis auf der Watch haben, weil der eben sehr stark wirklich die amerikanische Wirtschaft abbildet, auch kleinere Unternehmen vor allem. Also ich darf vielleicht nochmal überleiten zu dieser Israel-Geschichte und dem Jörg da einen Kontrapunkt geben, der sagt, ja okay, politische Börsen, kurze Beine, das ist so weit wie zu verstanden und das ist natürlich eine absolut legitime Position. Im Grunde ist das die Position des Marktes derzeit. Und ich glaube, dass das nicht der Fall ist und zwar deshalb, weil dieser Konflikt sozusagen eine Art Existenzkampf ist mit einem Eskalations- und Radikalisierungspotenzial, das schon sehr, sehr wahrscheinlich ist. Aus dem Grund, Israel hat jetzt die Erfahrung gemacht, dass man sozusagen dieses Problem wirklich lösen muss und zwar tabula rasa machen muss, weil du sonst das Gleiche wiederhaben wirst. Das heißt, sie werden, wie Netanyahu gesagt hat, sozusagen die ganze Karte des Mittleren Ostens verändern wollen. Und das ist sozusagen etwas, was nicht für mal eben eine kurze Geschichte spricht, sondern eine dauerhafte Auseinandersetzung, nicht nur zwischen Israel und den arabischen Nationen, sondern perspektivisch eben eine Ausweitung des Konfliktes und auch mit den USA, Großbritannien, auch Deutschland wird dann, wenn man sagt, ja wir sind sozusagen, wir verbürgen das Existenzrecht Israels, dann müssen wir dementsprechend auch handeln. Das ist schon eine Eskalation, die eben auch religiöse Motive hat. Wir dürfen nicht vergessen, für die islamische Welt ist Israel der Stachel im Fleisch schlechthin. Und dieses Israel war immer irgendwie überlegen, waffentechnisch hat mit so wenigen Menschen diese ganze Region im Griff gehalten, hat ein Stück weit die palästinensische Bevölkerung auch ghettoisiert, man muss das sagen. Ich war im Westjordanland eine Zeit lang und da gibt es Städte wie Kalkilja, wie Bethlachem, da gibt es einen Eingang, da stehen dann Patrouillen und wenn die Israelis zumachen, dann kommt keiner rein, keiner raus. Also das ist wirklich eine, und darum ist eine riesige Mauer, die deutlich höher ist als die Berliner Mauer. Das darf man nicht vergessen. Und ich kann mich, als wir da hingefahren sind, war es so, oder wir sind erst in Tel Aviv, dann nach Jerusalem und da war es so, dass in Jerusalem, einen Tag bevor wir damals kamen, ich bin mit einem Bekannten damals dorthin, weil der den Auftrag hatte, den Bau der Mauer in Israel, also wo die Palästinenser Gebiete im Prinzip abgetrennt werden, zu dokumentieren in Anlehnung auch an die Berliner Mauer. Wir lebten damals in Berlin beide. Und einen Tag bevor wir kamen, war ein Anschlag auf einen Bus mit vielen Toten und wir sind dann am nächsten Tag per Zufall nach Bethlehem, haben dann, als wir durch diesen Checkpoint kamen, kam ein Palästinenser auf uns zu und hat gesagt, ich kann euch da führen durch die Stadt. Und es war so, dadurch, dass wir Deutsche waren, sind wir überall reingekommen, wären wir Engländer oder Amerikaner gewesen, wäre das nicht der Fall gewesen. Wir sind dann plötzlich bei der Familie des Attentäters gewesen, wo drei, vier Stunden vorher die Israelis das Haus gesprengt hatten. Die konnten es allerdings nicht komplett sprengen, sondern nur von innen, weil das eben alles dicht bebaut war. Und da war dann so eine religiös-politische Veranstaltung, wo dann so ein Prediger den Hass auf Israel geprägt hat. Wir waren mit Kamera da und Foto. Und unser Guide, der uns da geführt hat, auch Geld dafür bekommen hat, der sagt, hey, das sind Deutsche und dann war alles gut. Ja, weil Deutsche sind sozusagen diejenigen, die die Juden vernichtet haben. Und dadurch hast du ein gewisses Standing, so absurd das klingt. Und man hat sich da mit Leuten unterhalten. Und Tenor war eigentlich immer, wir werden mit den Juden nicht leben können. Es ist ein Hass, den du nicht rauskriegst. Und das Problem der islamischen Welt ist insgesamt, sie sind politisch weitgehend machtlos, jetzt bis auf Staaten vielleicht wie Saudi-Arabien, und erleben das als eine permanente Niederlage. Und das vor dem Hintergrund, dass sie ja eigentlich glauben, dass sie im Besitz der einzigen Wahrheit, nämlich des Islam sind, während die anderen ja letztendlich Ungläubige sind. Und dieser Konflikt führt zu einer existenziellen Kampfsituation, die letztendlich aus meiner Sicht schon fast Anklänge eben dann an die Erfahrungen aus dem Mittelalter hat, wo wir eben auch Glaubenskriege geführt haben. Hier geht es sozusagen um Wertigkeiten, die mit Glauben verbunden sind. Und man erlebt in Israel so absurde Situationen. Wir sind da mal, ich bin gleich fertig damit, aber wir sind da mal zum Beispiel von West nach Ost-Jerusalem gefahren, zu dem Bau der Mauer, wo wir Leute interviewt haben und so weiter. Und als wir das vierte, fünfte Mal hinfuhren, war jemand am Straßenrand und sagte, hier stopp, stopp, stopp. Und wir dachten, irgendwas ist mit dem Auto stoppen. Plötzlich gehen hinten die Türen auf. Wir hatten hinten Kameraausrüstung und alles. Und ich springen vier Leute voll auf diese Kameraaufrüstung drauf und fangen an zu brüllen. Und wir sind also völlig geschockt und denken, die wollen uns jetzt entführen. Haben dann nach fünf Minuten hin- und hergebrülle festgestellt, die haben geglaubt, wir sind israelische Unternehmer, die die Mauer bauen, die eben gerade im Bau war. Und sie könnten als Tagelöhner sozusagen bei uns anheuern, um die Mauer zu bauen, die sie faktisch selber eigentlich einschließt. Also das sind alles solche Dinge, die extrem sind. Und dieser Hass, diese Verwerfung ist so groß, dass letztendlich aus meiner Sicht die gesamte islamische Welt jetzt, wenn wirklich Israel diesen Schritt macht, hochgehen wird, explodieren wird und so viel Druck machen wird auf die Führer. Wir haben jetzt vorhin die Nachricht auch, dass Saudi-Arabien zum Beispiel jetzt diese Annäherung mit Israel aufgekündigt hat. Und das wird jetzt so Schritt für Schritt, ein Dominum Stein nach dem anderen. Sondern vielleicht ist richtig, damit bin ich fertig, dass sozusagen diese Konfrontation mit dem Iran, direkt mit dem Iran vermieden werden kann. Aber das ist ein Konflikt, der, selbst wenn er nicht sofort eskaliert, immer schwelt, immer das Potenzial zur weiteren Eskalation hat. Weswegen das dann eben dagegen sprechen würde, dass politische Börsen hier kurze Beine haben. Wir haben uns an den Ukraine-Krieg gewöhnt. Der Westen finanziert und liefert Waffen an die Ukraine. Aber absolut tabu, da irgendwelche NATO-Soldaten. Also das ist territorial begrenzt. Dieser Konflikt ist nicht territorial begrenzt, sondern hat eine geradezu globale Dimension, die dann noch durch diese religiösen Unterfütterungen eben noch viel dramatischer ist, als dass jetzt der Ukraine-Krieg ist, der eine ganz andere Motivation hat. Wer möchte das widerlegen, was ich sage? Ja, widerlegen ist das schwierig. Was mich ein bisschen optimischer macht, auch wenn jetzt Saudi-Arabien diese Kooperation aufgekündigt hat, es ist ja doch einiges passiert in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren. Insbesondere angetrieben von Trump, aber auch von China, gab es ja so eine Deeskalation in dieser Richtung. Und auch eher eine Zusammenarbeit mit Israel. Wenn man das jetzt komplett wieder umdreht, macht man sich auch als Führung unglaubwürdig. Also wenn man da jetzt plötzlich auf einmal den Krieg anfängt, dann kommt man auch in Erklärungsnöte. Naja, aber jetzt eben nicht, weil die Bevölkerung ist auf 180. Beirut, überall Bagdad, überall massive Riesendemonstrationen. Wenn du jetzt sozusagen nicht als Regierung dich ganz klar von Israel distanzierst und sozusagen auch zumindest verbal rhetorisch scharf drauf haust, dann hast du ein Riesenproblem gegenüber deiner Bevölkerung. Weil du machst dich, also das ist glaube ich nicht, dass man da sagt, ja, wir haben doch vorher eine Annäherung gehabt und wenn wir die jetzt aufhören, dann wäre das ungewöhnlich. Ich glaube, das sieht nicht so aus. Sondern die müssten jetzt im Grunde anti-israelische Töne anschlagen, sonst sind sie völlig weg vom Fenster vor ihrer Bevölkerung. Und das ist eben das Problem. Wir haben einen Unterschied zwischen einer saudi-arabischen Führung, die geschäftstüchtig ist, die sagt, naja, mit Israel, das macht Sinn, ja, das ist rational, das macht ökonomisch Sinn. Aber die Bevölkerungsstrukturen sind eben, also die normale Bevölkerung ist von Kindesbeinen an, wird sie sozusagen zu einer anti-israelischen, auch anti-jüdischen Haltung erzogen. Das gehört zum DNA gewissermaßen. Das wird mit der Muttermilch eingesaugt. Naja, ich glaube, das ist schon richtig. Da wird Druck ausgeübt auf die Führungen in diesen Ländern, einiges zurückzunehmen. Aber diese Führung würde jetzt doch nicht so weit gehen, aus diesen Interessen der letzten Monate heraus. Die haben ja Gründe gehabt, weshalb sie auf Israel zu gehen, dass sie jetzt das komplett umkehren und auf einmal Krieg mit Israel zu beginnen. Also das Saudi-Arabien, das täte, würde mich sehr, sehr, sehr überraschen. Außerdem würde man da den Erzfeind im Nahen Osten Iran unterstützen, was man bei aller Annäherung an den Iran vielleicht auch nicht gerne machen würde. Also insofern bleibt es nach wie vor, die Palästinenser werden zwar moralisch von der gesamten islamischen Welt unterstützt, aber faktisch nur vom Iran mit seinem langen Armis Bollah und Hamas. Also das würde mich jetzt überraschen, wenn es noch aus anderer Richtung aktuelle Unterstützung gibt. Syrien ist dabei. Syrien ist da letztendlich auch ein verlängertes Arm des Irans in Teilen. Jemen auch. Aber das ist ja eben sozusagen dieser schiitische Halbmond. Das ist ja schon, Saudi-Arabien bin ich auch bei dir, die werden ein Teufel tun und jetzt einen Krieg gegen Israel beginnen. Aber es ist eben diese ganze Konstellation drumherum und die Sympathien in der muslimischen Welt inklusive Türkei sind auch völlig klar verteilt. Also das wird aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig. Rüdiger, du sagst, das sehen wir dann wahrscheinlich irgendwann in den Charts erst, oder? Dass das jetzt schwierig wird, oder? Ja, es ist ein Pulverfass. Also das kann ich schon nachvollziehen. Und die Frage ist, springt da der Funken rein und geht das Ganze in die Explosion oder geht es nicht? Also ich kann eure beide Argumente durchaus nachvollziehen und da kann ich jetzt raten, was jetzt passiert. Da wird die Geschichte uns nachher erzählen, was Sache ist. Da bin ich als Chart-Techniker, also als Händler, der ja versuchen muss, irgendeine Entscheidung zu fällen für die Anlagen dann oder für sein Depot, dann eher pragmatisch und sage, naja, was soll ich jetzt raten, was passiert? Da wir beide oder wir alle wissen, dass nicht immer das, was am höherwahrscheinlichsten passiert, dann auch tatsächlich eintritt. Wir müssen mit beiden rechnen. Wir müssen damit rechnen, dass das zu richtig dramatischen Schritten dort kommt. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wir können aber auch damit rechnen, dass es aus irgendwelchen Gründen zu irgendeiner Deeskalation, zu irgendeiner Ablenkung kommt, sodass es nicht mehr das Thema des Tages im Vorrangigen ist, dass man sagt, naja gut, das haben wir jetzt aus welchen Gründen auch immer ein bisschen eingedämmt. Beides ist möglich. Jetzt kommt da die Chart-Technik wieder. Die Chart-Technik sagt ja nicht voraus, das wird häufig kritisiert. Man kann an den Charts doch nicht solche Ereignisse ablesen. Das ist völlig richtig. Die Charts sind ja kein Instrument, die Zukunft zu lesen, sondern die Charts sind ein Instrument, um die Stimmung der Marktteilnehmer zu lesen, wie die damit umgehen und dass man dann darauf aufbauend dann eben die Strategie so fährt, wie wäre es für mich vorteilhaft? Wie kann ich entsprechend reagieren? Und da ist zum Beispiel, wenn jetzt tatsächlich die Charts in den nächsten Stunden oder Tagen, je nachdem, massiv nach unten gehen. Das nächste Indiz wäre jetzt mal das Tief der letzten Tage rausnehmen. Das wäre sicherlich nicht so richtig toll, wenn das passiert. Meinst du beim S&P? Zum Beispiel, ja genau, theoretisch bei allen Indizes, weil den DAX würde ich jetzt mal als eher Mitläufer, der ist jetzt international nicht wirklich aussagekräftig, aber wenn ich jetzt Dow, S&P, Nasdaq mir mal angucke und da geht es dann nochmal runter, unter die jeweiligen Tiefs, dann ist das zumindest mal kein sehr gutes Zeichen. Ich habe es eben angedeutet, im ganz großen Chart beim S&P ist es am deutlichsten, das ist ungefähr bei 4.000, ich muss jetzt lügen, ich habe die Zahl nicht 100% im Kopf, 4.300, 4.200 in etwa. Achtet mal drauf, wir hatten so zwei ähnliche Hochs, ich glaube eins war im Dezember, eins war im Februar. Diese Hochs, wenn die unterschritten sind, dann würden Techniker davon sprechen, dass wir überschneidend sind auf dem Weg nach oben, weil die Korrekturen, die Abwärtsbewegung eben tiefer gehen als die vorherige. Das wäre ein Zeichen von eben Nichtstärke und wenn Marktteilnehmer sehen, oh, der Markt ist gar nicht stark, dann sind sie eher gewogen, Gewinne mitzunehmen, Positionen zu schließen, vielleicht auch aktiv Shorts zu betreiben, entweder um Positionen abzusichern oder eben um zu sagen, naja, dann versuche ich wenigstens die Abwärtsseite ein bisschen an der Bewegung mitzunehmen. Also dafür taugt die Chart-Technik dann wieder. Also nicht so sehr als Instrument, darin abzulesen, was wird da jetzt politisch an welchem Schreibtisch entschieden, bei welchem General oder an welchem Verhandlungstisch, sondern das ist tatsächlich eher, wie die Marktteilnehmer darauf reagieren. Für die Kürzerfristigen zumindest mal ein Blick wert, solange die Abwärtsbewegungen scharf sind, also relativ schnell sind, das kann man auch im Intraday-Handel sehen, also weil viele natürlich auch jetzt gerade mit Blick auf die Nachrichtenlage versuchen, kürzere Zeitebenen zu handeln, als man das normalerweise vielleicht macht, wo man sagt, ach komm, für die Enkel, irgendwann steigt er schon wieder. Wenn es jetzt wirklich kracht, haben vielleicht viele die Sorge, naja, dann sehen wir vielleicht auch die 3.500 beim S&P vielleicht irgendwann wieder. Das war das letzte große Tief von letztem Jahr. Genau, und jetzt hatten wir ja das Verlaufstief, Rüdiger, wenn ich da einen Haken darf, bei 4.200 um und bei, 200 Tageslinie gehalten, nach oben abgeprallt, man war überverkauft. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die 4.2 nach unten reißen würden im S&P 500, 4.200, wäre das latent negativ, sagst du, oder? Ja, also für mich ist eigentlich noch relevanter nicht dieses Tief unbedingt, sondern ist eigentlich eher relevant, ob wir in die Überschneidung der vorangegangenen Korrektur, also ich sage jetzt mal, ich meine, Dezember wäre es gewesen und Februar die beiden Zwischenhochs. Also da werde ich dann pampe muselig, wenn die unterschritten werden, denn dann haben wir etwas, was als Überschneidung gilt und überschneidend sind korrektive Bewegungen. Das würde bedeuten, dass die Aufwärtsbewegung, die wir jetzt hatten im letzten Jahr, ich meine, es läuft seit einem Jahr ja relativ gut hoch, außer jetzt die letzten Wochen mal wieder runter, aber dass das insgesamt gar nicht so der bullische Markt ist, wie sich das viele vorstellen, sondern eher korrektiv. Der Dow Jones hat sowas schon gezeigt. Der DAX ist auch eher so in so einer Negativphase ein bisschen anders von der Konstellation. Der S&P ist noch clear. Der hat das noch nicht gemacht und der Nasdaq ist der Einzige, der eigentlich sakrosankt sozusagen da oberhalb jeglicher Marken ist. Der dürfte sogar noch tiefer runtergehen, aber wir wissen alle, warum. Naja, weil das eben getrieben ist von wenigen Einzelaktien, auch wenn wir sehen, dass da teilweise im Index dann doch die ein oder andere Aktie auch ganz schön verprügelt wurde und eben nur der Index mit hochgerissen wurde, weil halt die Big Five oder inzwischen Big Seven oder wie viel auch immer da so schön den Kurs nach oben gerissen haben. Also die Gefahr besteht, ich möchte eigentlich idealerweise auch nicht mehr, dass das letzte Tief, das wir hatten, unterschritten wird. Das wäre aber noch nicht die zwingende Killermarke aus meiner Sicht, aber es wäre zumindest mal ein Indiz vorsichtig. Wir brauchen dann wieder bullische Impulse, um wieder einzusteigen aus meiner Sicht. Jörg, bevor wir dieses Gespräch beenden, vielleicht noch diese Perspektive eben jetzt. Wir sehen, dass der Ölpreis steigt. Du hast vorhin Verbrauchervertrauen Michigan angesprochen. Die FED verliert so ein bisschen diesen hawkischen Bias, Wir sehen jetzt, dass die Inflation wieder nach oben geht, aber die FED, wir werden sehen, wie sich Paul äußert, der sich aber sehr nicht wirklich geäußert hat, der bei der letzten Pressekonferenz extrem hawkisch war, hier higher for longer und Bilanzreduzierung praktisch auf Autopilot war ja seine Aussage. Jetzt hast du diese dorfischen Speaker, die sagen, ach, weißt du, der Anstieg der Renditen und jetzt müssen wir nicht mehr. Wenn sich jetzt dieser Konflikt hinzöge, also das jetzt doch nicht so kurzbeinig ist für die Märkte, wir damit rechnen müssen, dass sozusagen damit auch der Prozess der Deglobalisierung weitergeht, der Ölpreis weiter nach oben geht, dadurch die Inflationsgefahren weiter nach oben gehen. Was würden die Notenbanken dann tun? Die sind ja dann eigentlich in der Zwickmühle, oder? Wenn du latent durch steigenden Ölpreis wieder inflationäre Effekte hast, auf der anderen Seite aber Angst hast, dass natürlich, wenn du solche geopolitischen Konflikte hast, dass dann die Wirtschaft nach unten geht. Wie meinst du, werden die Herrschaften reagieren dort? Ja, viele Hoffnungen liegen ja wirklich auf dem Ölpreis und dem Basisniveau, dass die Inflationsraten eben in den nächsten Monaten runtergehen, niedriger werden und dass dann eben auch die Erwartungen der Marktteilnehmer runtergehen, die Lohnanstiege wieder mäßiger werden, also dass so eine Abwärtsspirale eintritt. Wenn jetzt die Ölpreise aber steigen, dann kann es bei dieser Abwärtsspirale eben auch wieder einen Aussetzer geben, weil dann die Verbraucher sagen, sie müssen auch kompensiert werden für die höheren Benzinkosten zum Beispiel. Das war die Botschaft des Michigan vorhin, nicht? Oder die wir heute gesehen haben, dass die Leute immer mehr unter der Inflation leiden. Das Thema ist ja noch da. Die FED tut jetzt so, als würde die Inflation zurückgehen. Sie ist eine Zeit lang zurückgegangen, aber jetzt steigt sie ja schon seit drei Monaten relativ konstant wieder an, nicht? Ja, das liegt einfach an den Lohnentwicklungen. Das darf man nicht unterschätzen. Die sind immer noch zu hoch und das ist das zugrunde liegende Inflationsbild, was von der Seite her kommt. Und wenn es von der anderen, von der Güterpreisseite her keine Deeskalation oder eine Reduktion gibt, dann werden die Inflationsraten noch viel zu lange zu hoch bleiben und dann ist natürlich irgendwann die FED auch nochmal wieder gefordert. Also viel basiert tatsächlich auf kurzfristig fallende Inflationsraten. Wenn der Ölpreis jetzt Richtung 100 Dollar geht, dann passiert das nicht, dann haben wir natürlich ein Thema. Also insofern gebe ich da schon recht, dass das ein Risiko birgt. Das Ganze, der Markt insgesamt aus meiner Sicht, ist fundamental von den Konjunkturdaten, von den Zinsen, von der Liquiditätslage, die sehr knapp geworden ist, schon angeschlagen. Also wenn es wirklich eine Eskalation gäbe, könnte das der auslösende Aspekt sein, um den Markt einmal richtig, richtig in die Quie zu zwingen, wenn dann eben auch noch die Marken gerissen werden, die Rüdiger genannt hatte. Dann haben wir da schon ein Thema. Also insofern kann ich das nachvollziehen, dass viele erst mal an die Seitenlinie gehen und abwarten. Ich hoffe aber noch, dass es eben keine Eskalation gibt, sondern dass sich das perspektivisch wieder alles normalisiert. Denn am Ende diesen Konflikt, den haben wir schon seit Jahrzehnten und der wird auch noch in Jahrzehnten bestehen. Das muss man auch ganz klar sagen. Okay, das wollen wir hoffen, Jörg. Ich persönlich zweifle daran, weil ich die israelische Mentalität, die Gründung des Staates Israels als die Sicherheitszuflucht für alle Juden nach der Erfahrung von Pogromen, Holocaust. Und das ist im Grunde ja der größte Pogrom seit dem Zweiten Weltkrieg, den wir jetzt gesehen haben, wenn man so will. Das erschüttert Israel im Innersten und ist aus meiner Sicht ein Game Changer. Aber ich hoffe, dass es glimpflich vorangeht, dass die Vernunft siegt. Ja, es sind schwierige Zeiten. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wir haben versucht, das ganze Thema so aus ein paar Perspektiven zu betrachten, charttechnische Notenbanken, politisch, religiös. All diese Dinge gehören zusammen. Ich glaube, das ist die Lehre, die wir jetzt ziehen müssen. Die Finanzmärkte sind meistens sehr fixiert auf Zinsen. Ja, also der Wall Street, der kann eine Atombombe auf den Kopf fallen. Hauptsache, die Zinsen sinken, dann egal. Jetzt einmal ein bisschen satirisch gesprochen. Deswegen hat es auch gedauert, bis dieser Konflikt, glaube ich, jetzt an den Börsen angekommen ist. Okay, wir haben mal kurz den Ölpreis gesehen, aber dann war alles wieder so, ja, ist doch regional begrenzt. Heute, wie gesagt, das erste Mal, dass wir eine Reaktion sehen, vielleicht bedingt eben durch das lange Wochenende jetzt oder durch das Wochenende, wo man nicht weiß, was passiert. Wir hoffen, dass nicht so viele Menschen zu Tode kommen, aber es steht zu fürchten, dass dem so ist. Jörg, ich danke dir, Herr Rüdiger, ich danke dir, ich wünsche euch ein schönes an Wochenende schön sein kann unter diesen Umständen. Danke, dass wir das Gespräch hier heute hatten und euch danke, dass ihr das ertragen habt mit uns dreien. Mir jedenfalls war es ein Vergnügen. Ich sage Servus, Ciao. Danke, Margot und Tschüss an alle. Ja, tschau an euch beide und tschüss an euch ebenfalls. Servus.